Sie sind auf der Suche nach einem rundum gelungenen E-Bike, dann könnte dieses Video für Sie sehr wichtig sein, denn das Gepida Albuin 1000 ist genauso eins. Testbild und Bikebild haben Tourenbikes getestet, also Bikes mit denen man sehr weit von und sehr bequem von A nach B kommt und dieses Bike stellen wir in diesem Video jetzt vor. Wie bei jedem E-Bike Video gehen wir einfach mal die Komponenten durch, verraten ein bisschen wie sich das Bike im Alltag geschlagen hat und verraten dann ganz am Ende den Preis, wie bei Immobilien. Fangen wir vorne an, einmal recht dünne Reifen, aber sehr komfortable Reifen, das sind Schwalbe Life Reifen, die schlagen sich vor allem in der Stadt ganz wunderbar. Das Ganze ist sogar vorne noch gefedert, das hat nicht jedes Tourenbike und ich persönlich bin ein großer Freund von Federung, von daher sehr schön, dass wir hier eine Federung haben. Licht gibt es natürlich auch noch dazu und hier vorne eine Scheibenbremse, die sind bei diesem Bike von Shimano, das sind Deore Bremsen, die sind hydraulisch, sprich das Ding steht, wenn ich die Bremse ziehe. Sogar am Berg überhaupt kein Problem. Machen wir am Lenker weiter, hier gibt es ein paar Komponenten, die es zu beachten gibt. Erstmal, es ist recht sportlich gestaltet, das fängt irgendwo hier bei den Griffen schon an, man hat so ein bisschen Neon eingebaut, das macht das Ganze ein bisschen, finde ich, optisch agiler. Es gibt hier noch eine Shimano Deore Schaltung, 10 Gänge sind das, lässt sich sehr leichtgängig und sauber durchschalten, das ist auch sehr schön, ist auch gut erreichbar alles. Der Motor bei diesem Bike ist ein Mittelmotor von Bosch, das kann man schon gesehen haben, das steht ja immer recht präsent dort, Performance Line in dem Fall und da haben wir hier diese Steuereinheit, wo wir also einmal durchgucken können, erstmal in welchem Modus wollen wir überhaupt fahren, also wollen wir gar keine Unterstützung. Kleiner Hinweis, dieses Bike lässt sich ohne Unterstützung ganz hervorragend fahren, mit ist aber immer leichter. Möchte ich die Eco-Unterstützung, die Touring-Unterstützung, die Sport-Unterstützung oder die Turbo-Unterstützung, sprich ganz schnell auf 25 kmh und dann bleibt das so. Es ist ja nur ein Pedelec. Ich habe die Fahrzeit, ich habe eine Reichweite, ich habe die Gesamtstrecke, die gefahrene, die Strecke der Tour, die ich zuletzt gefahren habe, dann natürlich die aktuelle Uhrzeit, die maximalen kmh. Hier stehen jetzt 55,6 kmh, das hat den Hintergrund, dass dieses Bike am Brocken getestet wurde. Also lange bergauf und lange bergab. Bergab fährt so ein Bike dann halt mal schneller. Normalerweise fährt es 25 kmh, also keine Panik. Das ist zulassungsfrei. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Das Bosch-System ist sehr, sehr intuitiv. Ich mag es sehr gerne. Ich habe hier einen Gepäckträger mit maximal 25 Kilogramm Zuladung. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber naja, es reicht für den Alltag, würde ich jetzt sagen. Luftpumpe ist auch dabei, sehr schön. Der Sattel, finde ich, der ist sehr bequem gelungen. Das ist ein Royal Gel-Sattel. Der hat also so ein bisschen noch an Reserven, falls es da mal länger dauert. Von daher sehr schön. Der Akku ist nicht ganz so elegant verbaut, wie man es vielleicht hätte lösen können. Der sitzt wie bei Bosch-Motoren üblich, halt direkt hier im Rahmen. Das ist okay, aber jetzt nicht besonders, also ist jetzt kein optischer Leckerbissen, ist halt so. Das Schöne an dem Bosch-System ist, dass die Akkus austauschbar sind. Also geliefert wird dieses Gepida mit einem 400-Watt-Stunden-Akku. Wenn man mehr Power braucht für die Bosch-Akkus, ist es überhaupt kein Problem, da irgendwie Ersatz zu kriegen. Jetzt in dem Fall zum Beispiel haben wir einfach einen von Kettler genommen, das Powerpack 500. Da ist schon wieder mehr Saft drin und damit komme ich dann auch 90 Kilometer weit. Man muss bei dem Preis, den ich nachher noch nenne, natürlich ein paar Abstriche machen. Dementsprechend ist das Powerpack 400 völlig okay. Will ich mehr, kaufe ich einfach mehr. Zu dem Motor muss ich nicht viel sagen. Der Bosch-Motor ist, glaube ich, der am häufigsten verbaute E-Bike-Motor, den ich so im Alltag sehe. Es ist ein sehr gleichmäßig fahrender Mittelmotor. Der erlaubt, anders als Hinterrad-Motoren, von denen ich nicht der größte Fan bin, erlaubt er einen sehr sanften Übergang zwischen Unterstützung und Eigenkraft. Ich finde Mittelmotoren sehr viel entspannter zu fahren. Von daher, schöne Nummer mit dem Bosch-Motor. Ich mag ihn sehr gerne. Ich kann es immer wieder betonen. Viel mehr gibt es zu diesem Bike gar nicht zu sagen. Es ist ein rundum gelungenes E-Bike, wie ich finde. Es wiegt 24 Kilogramm. Das ist kein Leichtgewicht, aber irgendwo bei E-Bikes leider normal. Also die wenigsten wiegen unter 20 und wenn, dann sind das irgendwie so fixi-like E-Bikes, die eben viel weniger Leistung auch haben. Kleinere Akkus und so weiter, weil die Teile wiegen nun mal. Und bei diesem E-Bike ist das nicht anders. 24 Kilo kann man aber trotzdem noch irgendwie durch die Gegend schieben, zumal das Ding ja auch mit dem Motor hilft. Von daher alles gut. Preislich, wo legen wir da, ist eine ganz wichtige Angabe. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, wenn man ein wirklich rundum gelungenes und auch preislich vernünftiges E-Bike sucht, dann ist dieses Gepida eine wunderbare Alternative. Das ist auch so, denn der Preis liegt mit Akku bei 2500 Euro. Das ist für ein qualitativ hochwertiges E-Bike ein völlig akzeptabler Preis eigentlich, zumal wir da von der UVP reden. Also wer ein bisschen Verhandlungsgeschick mitbringt, der wird da eventuell noch den ein oder anderen Euro wieder mit nach Hause nehmen können. Und von daher unsere Empfehlung. Dieses Bike im Test hat einen Hut bekommen und das auch völlig zu Recht. Es ist einfach ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket. Mal mosque. Mal marche. Mal sayпис. Mal hai. Mal Records.